Oh, uiuiuiuiui, Entschuldigung, Transformation, so, ups, ja, äh, entspannt, äh, Ladebildschirm, ah, jetzt geht's los, alles klar, hallo und herzlich willkommen beim Rettungshubschrauber-Symbolator Search and Rescue, ähm, ja, ich hab grad eben schon mal gestartet, um zu gucken, Grafik und so, und da war kein Vollbild und hast du nicht gesehen, naja, egal, komm, wir starten direkt rein, weil das sieht eh nicht so cool aus, ah, okay, klicke hier, um Mission und Hubschrauber auszuwählen, alles klar, können wir noch was machen, können wir hier rumlaufen, aufstehen, ne, können wir nicht, äh, zum Menü, ah, okay, gut, wir können nur das, Helikopter wählen, was für Helikopter haben wir denn noch, ah, ja, die sind ja jetzt nicht so berauschend, ne, also, ja, okay, Mission wählen, was haben wir denn hier alles, Mission, ah, Mission 1, ein Flugzeug ist abgestört, suche und evakuiere die Überlebenden zur Mission, auf geht's, wir müssen jemanden retten, Hafen, Flugfeld, Johannesberg, Weißer Wald, okay, äh, Krankenhaus und Windpark, schöne Ladescreen Info, äh, schöne Ladescreen Info, ein Flugzeug ist abgestürzt, suche und evakuiere die Überlebenden, Krankenhaus, Hafen, ah, okay, da wollen wir mal schauen, ein Flugzeug ist abgestürzt, oh, find and transport the survivors, fly close, so that the Rescuer can pick up the survivors, die sind in den Berg gekracht, oh, das sieht nicht gut aus, können wir jetzt hier rum, oh, ja, wir können, alter, wo sind wir auf dem Boot? Hallo, ich bin der Kalle, ah, da gibt's jemanden, hallo, alter, das ist ja mal so gar nicht performance optimiert, kann ich, nee, kann ich nicht, okay, ey, geht's dir gut, geht's dir gut, hallo, oh, wir können sogar springen, komm, wir laufen mal kurz hier rum, ah, ich, ich hab, ich hab mich gerade erschreckt, dass das, da, dass da ein Timer läuft, ja, eine Katze, okay, oder was zumindest nach einer Katze aussehen soll, ich schau mal hier nochmal, Flugzeug, Helikopter fliegen, ich nehme jetzt einfach das Flugzeug hier, Oh, okay, okay, ich kann wohl nicht einsteigen, hätte ja funktionieren können, boah, da kriegen wir den Christopher, oder was? Der sieht aber ziemlich klein aus, oh, Busch, schnell, schnell, also, das ist doch kein Helikopter, Jungs, also, bitte, eh? Oh, wie ich wieder ausgestiegen bin, 106, oh, das ist auch aussteigen, okay, ein Flugzeug ist ab, oh, Mission neu gestartet, ähm, 402, Scrock 7142, Scrock 7153, Marshal 112, ähm, ne, hm, ähm, pushbutton 15, ah, war T oder R, Marshal 117028, Angel 13, Schreckte final bearing 331, Altimeter 3001, 5211, auf geht's, zu rettung, zu rettung, boah, ist die Steuer hoch, Boah, ha, das ist drehen, alles klar, das ist auch drehen, okay, Das hat überhaupt die richtige Richtung Boah Jungs, aber eh wirklich Das ist doch nicht zum Aushalten hier Wir drehen uns Was ist das, eine Flare? Das da unten sieht nach einem Flugzeug aus, oder? Wir stürzen ab Ne doch nicht Wir stürzen wirklich ab Ah, so Boah, das ist doch nicht zum Aushalten hier Kann ich denn bitte jetzt hier Ja ja So So Nein, sorry Pfff 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 Pff 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 das jetzt ganz langsam hier. Also ich glaube alles, was unter Hälfte ist und rechts sieht man das ja. Aber ich kann gerade nicht mit der Maus hin. Ähm, alles was unter Hälfte ist, bringt uns runter, oder? Rettung ist da. Und ich abstürze, bitte. Oh, ich hoch. Oh, Alter, dauert das lange hier. Komm, hol's auf jetzt. Ja, ich glaube, wir kriegen es jetzt hin. Jungs, ich könnte da laufen, oder nicht? Oh, ich glaube... Oh, nein! Oh, ich will nicht mehr. Oh, ich will nicht mehr. Das geht doch nicht. Warum? Ich drück mal eine Sekunde zu lange diese Taste und mir fällt runter wie ein Stein. Mal eben Alkohol nach, gib mir. So. Nein, bei Energy, ich trinke nicht. Aber ich glaube, ich fange an nach diesem Spiel hier. So. Und dann fliegen wir nochmal. Ich will mal kurz warten. Ich will mal kurz mal gucken. Ja. Ich glaube, die Trash-Game-Folgen mache ich nicht ganz so lange. Ich glaube, ich versuche, die Trash-Game-Folgen hier so oft 15 Minuten maximal. Weil... Komm, gib ihm jetzt richtig hier. Und dann machen wir einen professionellen Anflug. Mit sechs Fingern am Keyboard. Boah. Wir hatten es fast, ne? Ah, doof, 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 doof. Oder wollen wir das Spiel durchspielen, ne? 15 Minuten für eine Mission. Normalerweise ist das so eine Mission, die man innerhalb von zwei Minuten schafft. Aber ich brauche 15 Minuten, weil ich ständig abstürze. Ah, deswegen bin ich abgestürzt. Doppelklick ist nicht gut. Das schaltet mein Motor aus. Beziehungsweise ist... Boah. Taubel. Besoffen. Hi. Bye. Hi. Wir müssen jetzt mal auf den Punkt genau kommen, oder was? Jungs, das können doch mal die Ärzten meinen hier. Ah, er steigt aus. Habt ihr gesehen? Er steigt aus. Das könnte doch nicht ernst, mein Jungs. Boah, ist das scheiße, die Steuerung. Na ja, ich glaube, das war es dann mit Rescue, Air and Rescue hier. Man muss uns ja ständig selbst retten. Aber wir... Ne, ist ständig hinüber, der Heli ist schuld. Ich meine, wir fliegen mit einer Blechbüchse durch die Gegend. Guck dir das Ding nochmal an. So, und damit fliegen wir. Ey, ne, ne, wirklich. Also, ich möchte auch... Oh, ey, Junge. Da hab ich mir mein Profil ganz umsonst angelegt, ne? Ich sag's euch. Ey, Junge, Junge. Auf jeden Fall. Ich glaub, das war's mit dem Rechnungsübschrauber-Simulator Search and Rescue. Und zwar für ne lange Zeit. Ich glaub, da denken wir den nie mal anrühren, aber eh. Da drückt man einmal zu viel die S-Taste, weil man so punktgenau versucht runterzukommen, ne? Und dann... Motor aus. Ups. Uiuiui. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich suche mir ein anderes Spiel. Also, bis gleich. Tschüss.